Jo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich habe schon die Demo davon gespielt, zumindest die leichte Version. Die schwere habe ich auch noch auf Video parat, habe es nur verpeilt das hochzuladen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das noch nachgereicht haben wollt. Und es geht natürlich um Kirby Star Alive, wie hier unschwer erkennen wird. Es wird kein Stringprojekt. Es wird ein reines Videoprojekt, zumindest vorerst, wenn sich das Spiel zieht und ich das dann irgendwann durch haben möchte, um Platz für andere Projekte zu haben. Dann wird es vielleicht gegen Ende zu einem Stringprojekt, aber an sich ist es erstmal geplant als reines Let's Play. Dementsprechend braucht ihr euch keinen Kopf machen, wenn ihr den Stream verpasst und dann keine Stunden habt, um das quasi wieder nachzuholen. Das wird nicht passieren. Ihr werdet hier immer schöne Videos mit um die 20 Minuten Länge haben. Heldenslam. Ne Sternhelden. Sternslam halten. Okay. Hackmeister. Ich würde sagen, schauen wir uns das am Anfang oder am Ende an. Ach komm, schauen wir uns später an. Ich habe mir, wie gesagt, das Spiel bis auf die Demo, die ihr schon gesehen habt, gar nicht angeschaut, um eben nicht gespoilert zu werden. Scheinbar wird uns direkt am Anfang der krasse Gegner gezeigt. Zumindest sah die Base so aus. Off-Lösung ist wunderbar, gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn sich das durch ganze Spiel zieht, na dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, der mich regelmäßig begeistern wird, hoffen wir einfach mal drauf. Da werden jetzt diese Sachen auf Dreamland gefeuert. Whispy Ross steht friedlich da und da ist der Meteoritenhagel, den er hier feuert. Meta Knight scheint auch friedlich zu sein. DDD sieht das auch. Also wir sehen hier die ganzen typischen Gegner von Kirby, wie sie davon beschossen werden. DDD kann im Krader so ausweichen und es ist ein bösartiges Herz. Was scheinbar die Gegner von Kirby erneut zu den Gegnern macht. Wir sehen zum wiederholten Mal diese Szene hier, wie Kirby hier chillt. Und... Wait. Müsste Kirby dann nicht jetzt auch böse sein oder wurde der von irgendwas anderem gehittet. Auf jeden Fall merkt er wie er beklaut wird und rennt den logischerweise hinterher. Interessanter Start. Überhaupt nicht irgendwie das Ziel irgendwas zu retten, sondern erst nur einfach nur das Ziel sein Essen zurückzuklauen. Das ist jetzt das erste Level. Ah man, das ist nicht wie bei Super Mario, dass man es antippt und er läuft so zum nächsten Level, sondern man kann auf der Overworld Etappenweise navigieren. Na. Ist das das Level aus der Demo? Ist das das Level aus der Demo? Sieht bis jetzt sehr stark danach aus. Das wäre relativ lame. So, wenn ihr Kirby überhaupt nicht kennt, dann schaut euch einfach mein Video zur Demo-Version an. Da habe ich es ganz gut vorgestellt, was eben Kirby so beinhaltet, also das Spiel üblicherweise so beinhaltet und besonders was ja in Demo zu sehen war. Und ja, das ist das Level aus der Demo. Und dann skippen wir mal die Sequenz. Das ist ja lame, dass sie einfach das erste Level als Demo gemacht haben. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ach, wir haben den in der Sequenz zu unserer Style-Lie gemacht. Das machen wir mit dem Boy auch. Man kann sich nämlich mit den Anfreunden. Warum spielen wir jetzt schon wieder das Level? Eigentlich ist das ein Aufnahme-Fail, den ich bei der Demo hatte. Nee, spiele ich das jetzt zum dritten Mal. Würdet ihr gerne von dem Spiel dreimal das zu teurer spielen? Nein, ja, man spielt Kirby eh nicht für den Anspruch, aber come on. Dreimal dieses Level. Habt mir mehr erhofft. Jetzt kenne ich das ja jetzt auch schon. Also wir haben ja halt diese Style-Lie, die auf jeden Fall schnallen, was sie zu tun haben. Oder es noch essen, das möchte ich haben. Und die killen sogar den Gegner, sobald ich den anhütte. Und wenn ich weggehe, kommt die mit. Okay. Ein bisschen die Style-Lie-Mechaniken verstehen. Ist auch interessant, 3K-Image zu haben. Die Frage ist, wie overpowered sind die denn? Nicht, dass das Spiel deswegen zu einfach ist oder zu schwer wird es nicht sein, weil die wissen ja selbst, wie stark sie das programmiert haben. Und damit können wir uns jetzt noch Feuer holen und uns das wunderbare Feuerschwert gönnen. Feuerschwert, let's go! Wurzelschwert hieß das, wenn ich nicht irre. Genau, da machen wir mehr Schaden und haben ein cooleres Schwert. Haben wir irgendwelche Special Moves? Ich glaube, sie haben nur alles ein bisschen vercoolifiziert. Wir haben einfach alles in besser. Aber gibt es nicht auch in die Brutzelbomben und Brutzelboomerang? Ja. Also setzen wir wunderbar alles in Flammen hier. Die Brutzelbomben und der Brutzelboomerang. Wie auch immer das geschafft hat, die Bomben anzuzünden ohne das explodieren und vor allem auch ohne dass hier Dingsda passiert. Da kommt der... Ey! Was denn? Es waren sie sich einfach so was liegen zu lassen. So ein Idiot. Ich dachte, da komm, lass uns unseren Maid das einsammeln, weil die sammeln das auch mit für uns ein. Was auch irgendwie chillig ist. Das ist zum Beispiel auch so eine Idee, die kann einfach nur ein Kirby-Entwickler haben. Jeder andere würde denken, mimimi, das ist mal sehr voll und überpowered. Aber muss es denn immer schwer sein? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es trotzdem geschafft haben, auch ein bisschen Anspruch in das Spiel zu bringen. Vor allem ist Kirby-Bosse und die letzten Welten bei Kirby sind ja durchaus... Oh Leute, das will ich alles einsammeln. Durchaus auch nicht grad einfach. Diko kann man irgendwo sehen wegen Sammelgegenständen, wie wir da grad stehen. Scheinbar nicht. Das ist so krank, diese Brutzelschwert. Ich mag das, wenn so Moves ständige Hitboxen haben. Holy shit, Alter! Das hat ja gar keine Chance, aber... Hier aber glaube ich, das ist... Warum habe ich eine Bombe in der Hand? Wait. Kann ich Brutzeleis haben? Nein. Dann holen wir uns eben noch die Frostbomben, ne? Blizzardbomben war es, genau. Genau. Das ist es. Das war ich jetzt von der Demo ab, dann habe ich nichts gesagt. Eine Maxi-Tomate. Und hier hat man auch mal den Eisgegner, finde ich ein bisschen lame. Hätten wir den Boss erleihen können? Das hätten wir mal gucken sollen. Die brauchen also scheinbar einen Moment, bis sie erkennen, wenn die was zu tun haben. Wahrscheinlich, damit man es wirklich spotten muss. Das ist es wieder in der Demo gewesen, glaube ich. Sie haben das quasi ein bisschen abgewandelt noch. Na dann, dann ist es eigentlich voll okay. Und das ist auch schon das Ziel, also... Ja gut, in der Demo hat man halt gegen Whispy Woods gespielt. Die haben wahrscheinlich so ein bisschen was zusammengecuttet. Das Bonus-Spiel, wie ist das denn diesmal? Okay, ich habe es ein bisschen verpeilt. Ah, rechtzeitig zu drücken. Ich dachte, es geht alles ein bisschen slower, geht ein bisschen hin und her. Ich kann mir meine Zeit nehmen oder so. Aber scheinbar war das nicht möglich. Warum ist da schon was gepuzzelt? War das das erste Puzzle und die goldenen Puzzles extra? Du kannst einer Waffe, Feuereis und Elektrizität und andere Effekte hinzufügen. Wie stand das dort? Das ging so schnell weg. Knusperkuppel. Na geil. Man muss scheinbar irgendein... Ah, man sieht das in der unteren Ecke, was man sammeln muss. Da gibt es scheinbar zwei Sammelgegenstände. Oder das in der oberen Ecke ist einfach... Also das, was neben dem einen war, ist einfach fürs Schaffen. Ich glaube, ihr wisst nicht, was ich meine. Hätte ich den mir mal zumindest frienden sollen? Ich glaube schon. Na egal. Ach, das ist... Das war auch in der Demo der Teil hier. Aber... Oh man, ich sollte mir den im Wasser mal frienden. Oder sogar capp ihn. Der kommt... äh, capp ihn. Da sind wir im falschen Spiel gelandet. Kann ich... Irgendwie... Feuerwasser oder so haben? Ne. Fuck, man hat doch gesehen, dass man... Wasser... Mit... Hier Eis kombinieren kann. Ziemlich geil. Mit dem hier irgendwie... Ah, das ist voll OP. Wasser gegen Feuer. Ist ja wie bei Pokémon hier. Ist ja wie bei Pokémon. Wir haben einen Sprung wiederholt. A-Spam. Um zu... Eskalieren. Jo. Das ist so unfair. Diese Gegner sind bestimmt echt strong, wenn man gerade kein Wasser hat. So haben sie nämlich schon die Möglichkeit... Das quasi schwer zu machen, dass man immer die richtigen Fähigkeiten stacken muss. Und gegen jede... Oh man, ich wollte mir doch Eiscapp ihn. Ach man, das habe ich nicht mitgedacht. Ach komm, so leise. Und ja, es ist wirklich so, wenn man die Fähigkeit nicht hat, ist das schwer zu besiegen. Deswegen hat unser ganzes Team auch Schaden, nur wir nicht. Schön den Leo Leiter. Leo Leiter? Heißt der so? Der heißt doch bestimmt nicht Leo Leiter, oder? Leo Luder. Der Leo Luder. Ähm. Ähm. Friend. War zu spät. da kommen wir können uns fänden und zwar für feuer will eigentlich behalten boomerang zum schneiden für die bomben feuer kann einfach mit so vielen fähigkeiten stacken und boomerang kann halt karten und ist eine fähigkeit mit der das decken kann aber wie wir den stein wieder hochgeschleudert haben war ja richtig gemein andererseits haben den damit gelöscht also eigentlich war das total sozial von uns diese fähigkeit ist auch witzig wenn man fliegt einfach über die gegner drüber und gut ist bei die macht glaube ich nicht so viel schaden wir können auch einfach lang surfen hier feinstein genau so ist ja hier ist ein sekret einfach zu finden max ist online x2 das spiel ging ja leider an mir vorbei wo es echt gut ist jetzt können wir uns mal die eis combo gönnen für feuer weil eis kann auch viel stacken der braucht hier eis ach wasser braucht er deswegen hat der mate das nicht gemacht weil das auch mit wasser geht frost curling will ich aber wissen was passiert wenn ich das mit wasser mach nein tu das nicht sprudel curling verdammt ich hatte mir gehofft dass ich weiter feuer carryen kann wegen der varianz dort oben was in der demo war dort nix da gab es nämlich auch diesen raum aber kann sich erinnern und wieder zurück hatte wir das vorhin gesehen wie ich das geschafft habe weil ich so hoch war diese diesen hier zu machen ohne mit dem boden zu connecten das war witzig der stein hat so viele hit points also variation zu carryen ist glaube ich in dem spiel recht wichtig damit man eben die ganzen secrets öffnen kann deswegen tue ich das ja auch die ganze zeit ja zum beispiel hier brauchen wir stein plus wasser oder eis ich will hallo nein na ok das geht auch aber ich würde das eigentlich machen kommt den curling wir noch mal richtig op holy shit da unten da müssen wir hin das schreit ja schon nach wasser curling der eis tut kam mir schon wieder zuvor ich glaube den wechseln wir demnächst mal aus der richtig nervig der junge server als ob das eine begrenzte höhe hat und dafür nicht weil ich nicht weiß ob das wie so ein cheater move ist das wusste ich noch nie ob man die level bei kirby schaffen kann ohne das zu tun ohne jemals so zu fliegen nein das war glaube ich eine seltene fähigkeit wollen wir den refreshen let's go wegen der variation geht das ist das schon genug dafür ja komm mal her und kann ich ja schade kann ich die fränzen ne aber das ist eine combo fähigkeit ich dachte es wäre einfach der normale flug tut party kracher und jetzt ist meine fähigkeit weg das war enttäuschend das geht doch nicht komm wir ja ne wir haben den respawn respawn wir ja alles ach man sieht das ja auch an dem symbol mit dem eis das sehe ich erst jetzt wie war es das jetzt der traumpalast durch verwenden eines großen schalters wurde der traumpalast auf der weltkarte freigeschaltet ok können wir dann machen können wir uns da mit fähigkeiten equippen als ob wir gerade keine haben und unsere allies können wir dich einfach beklauen das ist auch irgendwie cool wäre wenn man so mit seinen allies traden könnte ich mal mit einem menschlichen spieler würde es ja auch funktionieren schön dass einer am ende noch am ende noch mal eine fähigkeit geben das ist gut durchdacht von den entwicklern das gefällt mir weil wenn man diese fähigkeit ausprobiert ist ja klar dass man danach keine mehr hat und dann muss man nicht ins nächste level ohne ah 3 geht noch besser leider es geht noch besser aber in diesem part geht das nicht mehr besser denn das war es schon wenn es euch gefallen hat wir schauen uns noch das hier schnell an ich verabschiede mich manchmal zu früh leute das ist das ist lame das wollen wir nicht machen jaja was man kann auch instant mit minus seine fähigkeit ablegen das ist glaube ich sogar besser als wenn man so lange gedrückt hätte das finde ich angenehmer und im nächsten part werden wir uns mal anschauen was es mit dem traumpalast auf sich hat du kannst womöglich legendäre charaktere treffen der traumpalast ist jetzt freigeschaltet okay wenn ihr das sehen wollt wie wir legendäre charaktere treffen achso das symbol war für den schalter dann schaltet beim nächsten mal wieder ein denn das wärs für dieses mal wenn es euch gefallen hat freue ich mich immer sehr bei den positive wertungen und bis zum abonnieren um nichts verpassen und bis zum nächsten mal ciao bis zum bis zum bis zum bis zum Bis zum nächsten Mal.